Und nicht als Künstler, sondern als Individuum möchte ich haben, dass mein Sohn nicht mehr in der Jahn-Turnhalle turnt, sondern in einer normalen, lebensbejahenden Umgebung. Und das war zum Beispiel die erste Konfirmation. Mein Sohn musste turnen in der Jahn-Dekorierten, du kennst das sehr gut, Turnhalle. Und der Großvater von Louis heißt Theodor Israel, nicht? Also es ist ein bisschen schwierig, da zu turnen, nicht? Und als Individuum, das aus Amerika da wieder zugereist ist, der da wohnt und gemeldet ist, mit Melderecht, der Platz gehört auch mir. This is my fucking land and I want this to change. It doesn't need a fucking artist to tell you that, but an individual right to demand this change. Einzugehen auf das Jahr 1945 und mich hat immer diese Bachmann so fasziniert. Diese Beziehung, diese zaghafte mit den englischen Verwaltungssoldaten jüdischer Herkunft und mit denen sie korrespondiert. Und man hat gesagt, es ist doch ganz wichtig, so einen Satz jetzt, statt der militärischen Motive, die vorher drauf waren, diesen Satz einzubringen, die Geschichte lehrt täglich, aber sie findet keine Schüler. Und dann haben wir gedacht, eigentlich gibt es sehr viel Solidarität für diesen Satz. Und der ist auch gekommen mit dieser Befreiung 1945. Und darum findet man hier allerhand Zitate von Aaron Ginsberg, von Präsident Orson, Roosevelt, Douglas Hope. Allerhand eigenartige Leute, Politiker, Künstler und so weiter. Und wir haben da dargestellt, eine Solidarität, die auch gekommen ist mit dem 1945, um neu zu beginnen. So einen zaghaften Satz. Es ist eine Solidarität da und wir können wieder als Individuum denken und so weiter. Also das war die Neudeutung für den Grazer Platz. Und ja, und dort, das hat es unbeschädigte verstanden, nicht? Und es wird jetzt abgebaut, kehrt zurück am 1. Juni nach, da gibt es diese Postkarten und Sachen, am 1. Juni nach Böllau, gesterns hin, kriegt auch im Kriegerdenkmal Nähe, fuck you, Mr. Mayor, nicht? It will go there. Und wenn er mir erzählt, ich muss abbauen, werde ich es abbauen wieder. Aber es wird, der Circle will be closed, and we'll be there in June first, okay? That's it. Das war's für heute.